Hey, schön, dass du hier bist. Hier bist du bei den Mindful Sessions, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Ich bin Sarah Desailly und ich freue mich, diesen Podcast zusammen mit dir zu starten. Aber was erwartet dich hier in den Mindful Sessions? Was passiert hier? Was ist Mindfulness überhaupt? Mindfulness ist zum einen die klassische Praxis von Achtsamkeit in Form von Meditationen und Übungen. Aber Mindfulness geht auch weit darüber hinaus. Denn Mindfulness bedeutet, aufmerksam zu sein, genau hinzuschauen, genau hinzufühlen. Denn ganz oft, wenn wir uns in Problemsituationen befinden, laufen wir weg, verirren uns in unseren Gedanken, fahren uns unseren Film. Und darum geht es hier in den Mindful Sessions. Mit offenen Augen nach innen zu schauen und mit offenem Herzen nach innen zu fühlen. Und hier fließt auch der Aspekt der Spiritualität mit ein. Wobei Spiritualität schon so ein abgegriffenes Wort ist, dass ich mich selber fasse und gar nicht traue, das auszusprechen. Aber eigentlich ist Spiritualität für jeden von uns was anderes. Aber wahrscheinlich ist sie immer verbunden mit einem Zuhause. Mit dem Gefühl, nicht alleine zu sein. Mit dem Gefühl, verbunden zu sein. Die Verbindung zu mehr. Das Übersteigen unseres eigenen kleinen Egos. Unseres bedürftigen Ichs, das uns so oft im Weg steht. Und die Verbindung mit der Schönheit, der Fülle unseres Seins, unseres Lebens. Und in den letzten zehn Jahren konnte ich dieses Abstrakte für mich in was ganz Konkretes bringen. Ich hatte das Glück, von tollen Lehrern zu lernen und zu praktizieren mit den unterschiedlichsten Leuten. Mit Sanyasins, mit tibetischen Lamas, mit Schamanen, mit westlichen Achtsamkeitstrainern, mit indischen Yogis. Und mit den Jahren ist mir eine Sache bewusst geworden, dass all diese Lehren im Kern aufs Gleiche abzielen. Nämlich mentale Fesseln abzulegen. Und dass gewisse Praktiken, Techniken und Methoden genau hierbei helfen. Und ich freue mich dir in den Mindful Sessions, diese Methoden und Übungen mit an die Hand zu geben, die du dann, wenn du magst, Stück für Stück in deinen Alltag integrieren kannst. Also wenn du jetzt denkst, hey, das hört sich gut an, wenn du dich angesprochen fühlst und meinst, hey, das könnte was für mich sein, dann freue ich mich, dich in der ersten Folge der Mindful Sessions, nämlich der Folge Glaub nicht alles, was du denkst, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sarah Desai und ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise in den Mindful Sessions. Mein Name ist Sarah Desai und ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise. Mein Name ist Sarah Desai und ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise.